Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter viel Spaß und hier nochmal ein schönes Rätsel für euch auch ein ganz bekanntes Lied ich bin mir sicher ihr bekommt es raus drückt einfach auf Pause und dann könnt ihr in Ruhe auf eurem programmierten Mausklavier nachspielen was ich euch hier aufgeschrieben habe und ich hoffe ihr bekommt es raus bis zur Auflösung